hallo und willkommen zu einem neuen video von mir den hero crafter aka max aka spider gewinn leute heute leute kommen die nächsten level up aufgaben ihr seht ja schon heute kann man die spitzergebe bekommen von diesen skin hier wie dachte letzte woche haben uns die lackierung geholt die woche davor haben uns den backpack geholt leute es ist soweit heute sind die neuen aufgaben draußen gewesen habe die wöchentlichen schon alle fertig star wars kommt auch gleich noch online dazu brauche ich kein video machen rankt ihr wisst bescheid rankt ihr auch zocken wir holen uns erst mal gleich die erste level up mark leute und wir sehen uns dann einfach gleich wenn es los geht bis gleich so leute hier unten ist die erste level up mark also quasi wenn ihr guckt hier bei mega city unten diese brücke die große dass die erste level up mark leute und die holen uns einfach und dann sehen wir uns einfach gleich wenn wir da sind leute bis gleich so leute davon ist die erste level up mark da landen wir gleich mal auf den grind trail leute und holen uns die gleich und bam und die nächste ist da drüben richtig nice gemacht leute wie weil wie gefällt euch sorry für meine aussprache gerade oh nein wie gefällt euch eigentlich das neueste update von fordnet mir gefällt das mega allein die neuen skins und sowas die reinkommen meint morales und so ich bin richtig richtig hyped leute könnt ihr gerne meine kommentare schreiben was ihr davon haltet anscheinend sind die ganzen level up marken diesmal hier hallo leute es tut mir leid hat das gerade nicht gesprungen oder so wenn ihr euch fragt warum die performance ein bisschen abkackt ich bin am pc drin und nicht auf der etwas ist denn los heute mit mir ich bin nicht über meiner playstation 5 drin leute deswegen ist das ein bisschen anders diesmal und sowas letzte oder was letztes wohl letzte gewesen leute jetzt bekommen die spitzhacke zeig 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 die spitzhacke 21 von 21 dann kommen nächste woche die letzten dann kann endlich den zweitstil bekommen da habt ihr den skin äh den skin die spitzhacke richtig nice und ich bin auch schon wieder fast level 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 200 300 leute wir sehen uns einfach gleich weil wieder wenn wir die spitzhacke ansehen leute bis gleich leute das hier ist die spitzhacke irgendwie wird es mir nicht richtig angezeigt leute dass die spitzhacke die sieht richtig nice aus da könnt ihr so quasi wie die black goku und den star wars spitzhacke auch so angreifen richtig nice die gefällt mir mega die passt auch mega zum skin und hier ist der fncs backpack nochmal für alle die es nicht haben tut es mir leid der wurde heute an die leute verteilt sieht richtig nice aus leute in dem sinne lasst gerne like dafür das video leute bis dann